Hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom Game-Based-Podcast. In dieser Folge möchten wir uns mit dem Thema kooperative Spiele auseinandersetzen. Hinter dem Thema steckt noch so viel mehr und vor allem in Verbindung mit Pädagogik, heißt die Möglichkeit Teamfähigkeit auszubauen oder Sozialkompetenz zu stärken. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, diesem Thema eine ganze Folge zu widmen. Und dafür haben wir uns sehr prominente Unterstützung geholt. Jemanden, der schon sehr lange in der Branche dabei ist, ein riesiges Wissen angesammelt hat und sehr beliebt ist bei vielen Leuten. Und zwar Daniel Budimann, auch einfach nur bekannt als Budi. Hallo Budi, schön, dass du da bist. Na, guten Tag. Hallo, Nino. Jetzt habe ich dich schon ordentlich in den Himmel gelobt. Ja, ich würde sagen, ich habe ein sehr breites Halbwissen. Also das würde ich schon sagen. Also mindestens das. Dankeschön. Also es geht, ich weiß nicht, ob ich das halten kann. Ich glaube nicht. Ja, das testen wir jetzt ein bisschen aus. Ja, ohne Scheiße. Okay, alles klar, gerne. Ich würde grobe Punkte von deinem Lebenslauf ansprechen, weil du hast viele Sachen gemacht. Einfach, dass man so ein Bild bekommt, wo dein Erfahrungsschatz überliegt. Du hast angefangen als Netzreporter bei NBC Giga, was jetzt einfach nur noch Giga heißt. Dann hast du später, und ich glaube, das ist so einer der, wo ich dich zum Beispiel am ersten in Erinnerung hatte, hast du zusammen mit deinem Kumpel Simon Kretschmer die Video- und Computerspielsendung auf MTV namens Game One gemacht. Früher ist das, glaube ich, MTV Game One, später dann nur noch Game One. Und das lief von 2006 bis 2014. Und das muss man sich vorstellen. Also als das rausgekommen ist, war ich neun. Heißt, ich kannte dich schon damals. Das ist deine Verantwortung oder die deiner Eltern. Ich hab damit nichts zu tun. Nein, alles gut. Das muss man sich auch denken, das ist eine Zeit vor Social Media. Das war eine Zeit, wo YouTube vielleicht gerade erst so in den Babyschuhen steckte. Und das lief auf MTV Viva und Comedy Central. Und ich hab probiert das so ein bisschen, wie beschreibe ich das am besten, was das ist? Es war so eine Mischung aus Game Checks, lustigen Sketches, aber auch News über Games. Und das hatte insgesamt 307 Folgen, was echt viel ist, dass das sich so lange gehalten hat, in der Zeit, wo das eben nur das Fernsehen gab. Hast dann später als Host und Co-Founder von Rocket Beans TV, bist du immer noch in Formaten wie Pen & Paper, bist in Business Development und hältst auch deutschlandweit Präsentationen rund um das Thema digitale Medien, Games und auch über Themen der Kultur und im Bildungsbereich. Habe ich das grob zusammengefasst, was du machst? Ansonsten kannst du gerne noch ergänzen. Dankeschön erstmal. Ja, grob ist das, seit 20 Jahren bin ich irgendwie in dieser Medienlandschaft unterwegs, so in der deutschsprachigen und habe das Privileg gehabt, in sehr, sehr viele unterschiedliche Kulturkreise als auch Kulturokonomien, also betreffend die Kulturwirtschaft, eingucken können. Habe alleine durch die 20 Jahre, glaube ich, relativ viel Erfahrung sammeln können, was Plattformökonomien angeht, aber auch das Verhalten angeht. Und mit Plattform meine ich jetzt nicht so klassische Social-Media-Plattformen, Riesenthema unserer Zeit natürlich, sondern eben auch ganz klassisch Gaming. Weil aus dem Gaming heraus sind sehr viele Technologien, Kulturtechnologien entstanden, die vorher eben noch nicht da waren. Weder im Fernsehen noch tatsächlich im Netz. Also das heißt einfach, wir reden über User Experience und User Design, also Interfaces. Die Videospiel, das Videospiel Medium hat da schon sehr früh angefangen, Sachen auszuprobieren. Und das ist so mein Thema. Und ich versuche das einfach nur reflektiert zu kriegen von unterschiedlichen Gesellschaftskreisen, unterschiedlichen Themen, aber der Kern ist eigentlich irgendwie dann doch immer Game Design. Also was macht, was ist überhaupt ein verdammtes Spiel? Was ist das? Und ich habe noch keine Antwort darauf gefunden. Aber vielleicht ist das ja auch das Spannende. Es gibt keine ganze Antwort, sondern der Weg ist die Antwort. Möglicherweise, ja. Also das rede ich mir selber gerne ein. Und um das alles aus der medienpädagogischen Perspektive noch mal besser reflektieren zu können, haben wir auch Dejan dieses Mal wieder dabei, der mit seinem langjährigen Wissen aus den Computerspielschulen und der Gaming-Pädagogik sich mit einbringt. Hallo Dejan. Hallo Nino. Hallo Budi. Mich freut es auch riesig, mit euch endlich mal ins Gespräch zu kommen. Also ich weiß nicht, du hast es jetzt noch nicht erzählt, wie wir auf diese Folge gekommen sind. Und Budi und ich haben uns ja bei einem Symposium kennengelernt, Unlocked, letztes Jahr. Und da ging es ja auch um kooperative Spiele oder um Multiplayer-Games. Da auch viel im Museumskontext beispielsweise war in der Kunstakademie super spannend. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, wir sind irgendwie ins Gespräch gekommen und hätten eigentlich auch direkt aufnehmen können. Und da bin ich sehr froh, dass du dann zugesagt hast und gesagt hast, hey, lass uns das machen. Finde ich eine super Sache. Ich persönlich, wie gesagt, bin ja auch mit Game One tatsächlich aufgewachsen, war ein bisschen älter damals schon und habe das richtig gefeiert. Endlich mal ein Fernsehmagazin über aus Gaming. Ich weiß nicht, ob ihr noch, oder Budi, du kennst es wahrscheinlich auch, Game Based. Nee, nicht Game Based, X-Based hieß das. Das war noch das, was ich noch ganz früher Kindheit, also eher so in Minus-Tagen. Also war ich auch irgendwie so neun oder zehn. Und kann mich noch erinnern, wie mein Bruder da irgendwie bei X-Based da im Studio saß und war da voll begeistert. Und deswegen, also ich fand es auch spannend, das mitzuerleben. Ich bin ja auch mit Games dann so aufgewachsen. Und bin jetzt auch froh, dass wir inzwischen an dem Punkt sind, dass es wirklich einfach ein Kulturgut geworden ist, ein Medium, was einfach auch den kulturellen Bereich sehr prägt. Und natürlich auch, deswegen reden wir ja hier, auch den Bildungsbereich. Ja, super. Wusstet ihr, dass Thomas Gottschalk Telespiele moderiert hat? Da war ich, glaube ich, noch nicht mal auf der Welt. Die haben richtig abgefahrene Sachen gemacht damals schon. Die haben Pong durch Zuschauersteuerung, durch Sound gemacht. Also die eine Hälfte des Publikums hat den einen Pong-Stick, den linken, gesteuert durch tatsächlich Voice. Und das haben die halt im deutschen Fernsehen gemacht. 1973 oder was war das? Das ist sausau lustig. Also das ist wirklich gut. Das ist wirklich kooperatives Spielen par excellence im Fernsehen. 1973 oder was. Es kann sein, dass die Zahl nicht stimmt. Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf heraus. Aber dann merkt man auch nochmal, wie lange Thomas Gottschalk schon in dieser Branche ist. Ja, schon. Ja, schon. Ja, auf jeden Fall. Das ist aber ein sehr gutes Stichwort, weil das ist ja genau das, worum es in den kooperativen Spielen geht. Heißt, dass Spieler gemeinsam ein Spielziel haben und gegen einen Gegner antreten. Gut, in dem Fall war es sehr simpel mit dem Spiel Pong eben, so wie du es gesagt hast. Genau, und das essentiell Wichtige ist, dass man eben zusammenarbeiten muss, damit man das Spiel gewinnt. Und um bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Viel um Teamwork, Kommunikation und eben den gemeinsamen Erfolg des Teams geht. Daniel, was ist denn so ein Spiel, was dir da am prägnantesten dazu einfällt? Bei mir ist das lustiger gewesen, bei mir ist als allererstes GTA eingefallen, San Andreas, das ich mit meinem Bruder gespielt habe. Da gab es ein Level, wo man zu zweit spielen musste. Das war mein erster Kontakt, damit vielleicht nicht der pädagogisch wertvollste Kontakt, den man haben kann mit Gaming. Aber das ist das, was mir als erstes eingefallen ist. Bei mir ist das Untitled Goose Game, ich habe das mit meinen Kindern gespielt. Ich habe drei Kinder, unterschiedlichen Alters. Und für GTA sind sie noch zu jung tatsächlich. Aber das ist dann so eine persönliche Wertung. Ich habe tatsächlich mal den Goat Simulator gezeigt, einfach um so mal zu erklären, okay, es gibt auch Spiele, wo man durch eine Welt gehen kann. Das ist aber was anderes. That Goose Game, ich komme da nochmal kurz darauf zurück, das ist ein unglaublich charmantes, wunderbares Spiel. BAFTA Award ausgezeichnet, auch aus Australien, von einem Developer-Team, das sich House House nennt. Und man spielt zu zweit und man ist eine Gans. Und die Steuerung ist sehr niedrigschwellig. Es ist ein unglaublich schöner Stil. Und man spielt zu zweit zwei Gänse und muss tatsächlich einfach nur Schabernack machen. Also du hast eine Liste an Sachen, die du machen musst. Irgendwie klau dem Gärtner irgendwie, ich weiß nicht, den Hut zum Beispiel. Das ist also ein sehr niedrigschwelliges Ziel. Aber du musst schon auf eigene Strategien kommen, um das bewerkstelligen zu können. Also das Spiel fällt mir ein, weil es wirklich gut funktioniert, unabhängig des Alters tatsächlich. Also es ist egal, ob du mit einer Fünfjährigen spielst oder mit einem Zwanzigjährigen. Die Spielmechanik bleibt eigentlich das Gleiche. Und du hast trotz einer sehr geringfügigen Eingabe, es ist nicht kompliziert, es ist sehr intuitiv, hast du so ein ganz klares Regelwerk, wo du aber innerhalb des Regelwerks total kreativ sein kannst. Und das ist der Hammer. Das ist wirklich interessant. Und gleichzeitig geht es nicht um die Weltrettung oder irgendwelche schweren Themen, sondern bis einfach ein Gans. Und hast einen geilen, mitwachsenden Schwierigkeitsgrad. Und das ist wirklich für mich eines der besten Koop-Titel, die ich so in der letzten Zeit gespielt habe. Und was würdet ihr sagen, ist so der Faktor, der dafür sorgt, dass dieses Im-Team-Spielen der Reiz daran, der einfach interessanter ist als alleine für sich zu spielen? Ich glaube, also generell, wenn man, so ist mein Verständnis, da gibt es ganz viele tolle wissenschaftliche Arbeiten inzwischen schon. Da wirklich viele gute Bücher international, die spezifischer auf Game-Design-Themen und dann nochmal sehr spezifisch auf kooperatives Spiel-Design eingehen. Der wichtigste Punkt, den ich so mitbekommen habe durch das Lesen von verschiedenen Texten, ist die Dependency, also die Abhängigkeit untereinander. Das heißt, bei Singleplayer-Spielen gibt es eine Dependency von dem Spieler, der Spielerin und dem Spielsystem. Also das Spielsystem kann groß, kann klein sein, das ist egal. Aber da gibt es sozusagen diese Beziehung von der Einzelperson zu dem Erlebnis. Bei kooperativen Spielmechaniken oder Designs geht es sehr stark um die Abhängigkeit untereinander. Da kann man, da spricht man auch von Low-Dependency-Systemen oder von Mid- oder High-Dependency-Systemen. Das heißt, es steigert die Schwierigkeit und auch die Abhängigkeit voneinander. Das kann man und das lässt sich auch wunderbar außerhalb von Gaming, also von den Produkten von Spielen betrachten. Kooperative Spielen, das sind im Prinzip Regeln und dann weiterführend Strategien, wie man untereinander gemeinsam ein Ziel verfolgt. Das Ziel kann etwas Gemeinnütziges sein oder ein Wettkampf, also gemeinsam gegen andere sozusagen, gegen ein anderes Team. Aber die Abhängigkeiten untereinander sind das, was es so besonders macht. Football wird da sehr häufig, also amerikanisches Football wird da sehr oft als Beispiel genannt, denn dort gibt es, was kooperative Game Design Strategien angeht. Es ist super komplex. Ich raffe das nicht, aber ich verstehe den Ansatz, warum es kooperatives Gameplay, warum man es so nennt. Also jeder Spielzug, jede Funktion beim Football hat eine gewisse Abhängigkeit zu den jeweils anderen Personen in der Rolle des Footballs. Und wenn eine Sache scheitert, dann bricht das gesamte Konstrukt zusammen. Und das Spielzug für Spielzug. Das als ein Beispiel für zum Beispiel auch Videospiele, wie bei Overcooked als ein Beispiel. Da habe ich ein sehr, sehr gutes Video gesehen, das ist schon ein paar Jahre her. Da ist ein sehr netter Kollege, der das Ganze wunderbar zusammenfasst. Overcooked ist auch ein recht zu spielendes Spiel. Die Steuerung ist zwar leicht, aber auch mit der Anzahl von Spielern wird es sogar absurderweise schwerer. Weil die Kommunikation, also die ausgesprochene Abhängigkeit und Lösung der jeweiligen Probleme Spielziel sind. Darum geht es bei Overcooked. Da ist man, man spielt mindestens, man kann es auch alleine spielen, aber man spielt maximal bis zu vier Spielern gleichzeitig, Spielern. Und muss einfach Essen herstellen. Also jetzt bin ich wirklich ein bisschen abgeschwuft. Es geht um Abhängigkeiten. Also einfach nur, wenn wir drei jetzt ein Spiel spielen würden, jeder von uns hat unterschiedliche Regeln, Aspekte. Einer ist eher vorne, der Tank, der halt sich so equipped hat, dass er ganz viel Schaden ausrichten kann zum Beispiel. Der andere ist ein Heiler, der hat weniger Lebenspunkte, deswegen muss er eher hinten stehen. Das sind alles Abhängigkeiten, die vom Spiel, egal welche Natur, aufgegriffen werden können. Und um einen kleinen Rückschlag zu Untitled Goose Game zu machen, Damit wir die ganz nicht vergessen. Damit wir die ganz nicht vergessen, genau. Die Abhängigkeit untereinander ist halt sehr einfach, also low dependency. Man kann auch einfach Quatsch machen, aber man kommt trotzdem nicht weiter, wenn man nicht zusammen sich in dem Raum bewegt und wenn man sich nicht abspricht. So, ey, lenk du mal den Gärtner ab, damit ich hintenrum irgendwie was machen kann. Die Abhängigkeit ist da und durch die Kommunikation und dann schlussendlich durch die Eingabe wird daraus hoffentlich ein gutes Spielerlebnis. Ist ja auch ein ganz guter Übergang zum realen Leben. Du hast ja im Endeffekt genau das Arbeiten zum Beispiel in einer Abteilung beschrieben, in einer Gruppe, dass, ja, man kann Quatsch machen, aber dann kommt man eben nicht weiter und man muss, je mehr Leute dazu kommen, desto komplexer wird es diese Aufgabe, die man bei der Arbeit hat zu lösen oder im Schulprojekt, egal, oder im Leben. Das ist ja genau die Herausforderung und auch so spannend, dass man sich das in diesem sicheren Raum des Spiels oder auch in einem lustigen Kontext antrainieren kann, die Kommunikationsskills. Und das ist mir in den Vorgesprächen auch klar geworden, dass ja genau das, wo wir jetzt sind, voll viele Arbeiten von zu Hause aus. Wir kommunizieren, wie wir teilweise beim Gaming online nur, eben über Sprache miteinander, müssen das aber so koordinieren, dass wir eben unser Ziel erreichen und auch das so timen, dass das alles passt. Also, wenn wir jetzt, ohne da wirklich tief Einblick zu haben, da seid ihr die Expertin für, wenn wir jetzt in den Bildungsbereich gehen, also die reine Pädagogik, so, dann gibt es gewisse Regeln, die gelernt sind und es gibt, ne, dass wir versuchen sozusagen Wissen zu vermitteln. Je besser ein, wie auch immer geartetes Regelkonstrukt ist, in der Abhängigkeit untereinander, mit dem Ziel der Wissensvermittlung zum Beispiel, da verändert sich einfach recht viel. Natürlich, also, ne, wir reden jetzt von Game-Design-spezifischen Ideen oder Konzepten, aber die lassen sich sowohl für digitale Endprodukte wie Videospiele nutzen, als auch für jedwede in einem anderen Bereich, wo es um Abhängigkeiten zwischen menschlicher Tätigkeiten dient. Und für mich, so habe ich das, das ist so für mich die treffendste Definition eines Games, schrägstrich Game Design, nein, das sind immer feste Regelwerke, die artifiziell sind, also die erdacht sind, die eben nicht real sind. Das ist so die Unterscheidung zum Realen für mich, ne? Das heißt, es ist artifiziell, also digital von mir aus, aber es gibt ja Rollenspiele, die sind dann auch artifiziell, die sind erdacht, so, ne? Und da geht es immer darum, dass die Person, die irgendeine Tätigkeit vollzieht, dass sie auch eine Rückmeldung bekommt, so. Also einen Impact hat, eine Selbstwirksamkeit, eine, ja, ich schwurfe ab, ich merke es selber. Alles gut, kein Problem. Und um dir jetzt mal den medienpädagogischen Ball zuzuspielen, Dejan, wie siehst du das, was wir gerade besprochen haben mit den Vorteilen und den Skills, die sich da eben antrainiert werden können? Aus pädagogischer Sicht ist das natürlich was, was man super nutzen kann auch, also auch um Dinge beizubringen. Nicht umsonst wird ja auch in Schulen, wird ja Gruppenarbeiten werden auch Projekte gemeinsam gemacht. Und wenn ich auch an meine Schulzeit oder generell auch die Projekte denke, die ich jetzt auch als Medienpädagogik betreue, begleite, sind eigentlich das, die Projekte am erfolgreichsten, wo man wirklich in der Gruppe was gemeinsam erarbeitet und schafft, auch alle mit eigenen Rollen mit einzubeziehen. Also es ist auch die Gefahr bei einer Gruppenarbeit, ist immer, wenn einer dann irgendwie austritt und sich dann halt nichts macht und irgendwie langweilt und dann merkt man, okay, für den ist es nichts. Aber wenn alle sich in ihrer Rolle irgendwie wiederfinden, deswegen auch, du hast, wurde gemeint, irgendwie Rollenspiel, viele Spiele sind eigentlich dann Rollenspiele, jetzt nicht im, sag ich mal, Games-Sinne, sondern dass jeder seine Rolle in dem Spiel finden muss. Und wir hatten jetzt auch so ein bisschen überlegt, also es gibt auch so ein bisschen theoretisch eine Einteilung von Spielertypen, dass unterschiedliche Leute unterschiedliche Spielweisen bevorzugen. Und jetzt ein Modell beschreibt beispielsweise vier Typen. Es gibt die Killers, die eher versuchen, irgendwie Spielobjekte zu beeinflussen oder gezielt Konflikt und Wettstreit irgendwie herauszufordern. Es gibt Achievers, die suchen irgendwie nach Statusmerkmalen, also versuchen irgendwas zu erreichen im Spiel und dort in der Spielwelt Möglichkeiten zu finden, dass sich das irgendwie widerspiegelt. Es gibt die Socializers, da sagt der Name schon. Das ist natürlich gerade für kooperative Spiele ein Ansatz, der ganz gut passt. Also da ist der fokussierte, genau von Vorteil, wenn man darauf aus ist. Und da fokussiert man sich eben auf den Aufbau von Beziehungen und versucht mit den Mitspielern auch zu interagieren. Und als viertes sind dann noch die Explorers, die halt versuchen, eben das Spielsystem zu erkunden und halt wirklich auch die gesamte Spielwelt zu erforschen. Und das ist jetzt ein Modell. Wie gesagt, jeder hat eigentlich so alles so ein bisschen, aber es gibt Leute, die dann halt sehr gerne kompetitiv spielen und sich auf diesen Killers-Aspekt vielleicht da meist Spaß rausholen und andere, denen ist dieser Wettstreit gar nicht wichtig oder den gibt er nicht viel und dann suchen sie sich halt eine andere Rolle. Und da ist halt jetzt die Frage, glaube ich, auch, was die Spielmechaniken auch hergeben und inwieweit man sich da auch so ein bisschen wiederfinden kann. Also ich habe jetzt mich auch gefragt, irgendwie aktuell super erfolgreich sind ja so Open World Sandbox Survival Games. Parable ist aktuell relativ heiß. Entschrouded aus Deutschland aktuell, ja. Absolut. Oder auch Grounded oder Arc. Da gibt es unzählige, also wie gesagt, ohne jetzt Name-Drawing betreiben zu wollen, aber es ist gerade ein Genre, was extrem boomt. Und auch der Grund, warum das so boomt, weil viele es natürlich gerne gemeinsam spielen und jeder da irgendwie auch seine Rolle finden kann. Die Killers können tatsächlich kämpfen, können irgendwie Trophäen jagen. Die Achievers, die bauen quasi, also ich meine, es gibt nichts Befriedigenderes, als da so eine Siedlung gemeinsam aufzubauen. Die Socializers, die koordinieren das Ganze und dann gibt es eben auch noch eine riesen offene Welt zu erforschen. Also so jeder kommt irgendwie auf seine Kosten und jeder kann sich dann relativ frei auch seine Rolle suchen in diesem Team. Und das ist für mich so ein bisschen die Erklärung, warum das gerade so erfolgreich ist und warum das auch für so ein kooperatives Spiel ein schönes Beispiel ist, also dieses Genre und warum das auch so boomt. Und umso kompetenter man natürlich auch in so Spielen wird, umso mehr Verantwortung will man natürlich auch übernehmen und umso mehr eigene Rollen versucht man zu übernehmen. Und dann gibt es natürlich genau auch so Genres, die sich einfach besonders gut dafür eignen. Also dass man halt gemeinsam auch Rätsel löst. Ich meine, bekanntes Spiel ist Portal 2, wo man auch kooperativ spielen kann. Auch welche, die sich dann erst dahin entwickelt haben. Ich habe jetzt erst vor zwei Wochen in der Computerspielschule konnte ich drei Mädels irgendwie überreden, dass sie Trine mal ausprobieren. Trine ist ein Märchenspiel, also so ein Märchensetting und man hat einen Dieb, man hat einen Zauberer, man hat noch einen Ritter. Und die drei müssen einfach ihre Fähigkeiten ergänzen, um dann so kleine Physikrätsel zu lösen und sich einfach durch dieses Level zu puzzeln. Es gibt auch so Kämpfe zwischendrin, aber die sind eigentlich auch ein bisschen nebensächlich. Und mir ging das Herz auf, als ich dann das so gesehen habe, wie viel Spaß sie dann im Spiel hatten. Ich habe auch das Gefühl, dass man mit solchen Spielen die Leute am ehesten abholen kann, die nicht so gerne spielen. Ich habe ja am Anfang das mit der Nintendo Wii erwähnt. Und das waren immer so niederschwellige Spiele, da hast du selbst deine Mutter irgendwie dazu bekommen, dass sie mal Mario Kart mit dir spielt oder irgendwie Tennis, wie hieß das, Wii Sports oder so. Ich glaube, das ist auch so ein Faktor, der sich da gut eignet. Gerade das, was du genannt hattest, dass der kleine Bruder das auch spielen kann, der nicht so gut ist und das macht trotzdem Spaß. Genau, es ist ja auch so die Sache, wie wir bei der Computersprüfschule die Eltern aktivieren, sind auch dann Rollen, die dann vielleicht auch jemand annehmen kann, der vielleicht noch nicht so viel Gaming-Erfahrung hat. Du hast so viele tolle Sachen angesprochen. Ich würde gerne eine Unterscheidung auf jeden Fall gerne mal besprechen mit euch, ob ihr das auch so seht oder nicht. Und zwar gibt es Echtzeit-Kooperation. Das heißt, Leute spielen jetzt in diesem Moment gemeinsam. Das sind dann solche Online-Survival-Games wie WoW zum Beispiel und dann explizit in WoW-Instanzen. Also nochmal ein eigenes Regelsystem innerhalb des großen Spiels. Also Quests, wenn man so will, die aber darauf ausgelegt sind, dass man es nur zusammen und nur gut zusammen schafft. Und es gibt aber auch nachgelagerte kooperative Spielmechaniken, so wie Whizball zum Beispiel. Whizball ist nachgelagert. Also man spielt zwar zusammen, aber man hat unterschiedlich aktive Parts. Kannst du das näher ausführen, weil ich habe das Spiel jetzt zum Beispiel gar nicht gespielt. Ich weiß gar nicht, was mit nachgelagert gemeint ist. Nachgelagert ist, ihr wechselt euch ab. Das heißt, wenn du zum Beispiel auch mit deinem großen Bruder irgendwas gespielt hast, er spielt die ersten Level oder sowas und dann wechselt ihr das Pad und dann spielst du. Das ist auch als kooperatives Game Design zu verstehen, aber nur, weil ihr es dazu gemacht habt. Das Spiel per se hat keine, hat er embraced das im Prinzip nicht. Whizball aber schon, weil es sozusagen die Schwierigkeit einfach automatisch abgesetzt hat. Und dadurch ist es halt für Leute, die es spielen, ist es einfacher sozusagen da das Pad abzugeben, als ein Beispiel, so als ein Regelbeispiel. Dann gibt es einfach ganz große Unterschiede im kooperativen Game Design. Und wenn man jetzt auch nochmal, das hast du gegen Ende nochmal erwähnt, gerade deren, wenn du für Eltern irgendwie dieses kooperative Spielen mit reinnimmst. Also es ist ja so, wenn man jetzt mal weg von Gaming geht, da gibt es tolle Studien zu, wenn man den Kindern im relativ frühen Alter viel vorliest, dann scheint das tolle Effekte zu haben. So, dann ist es so, dass die Kinder auch mehr Bock haben zu lesen zum Beispiel etc. Und das Gleiche gilt für alle Medien, glaube ich. Das heißt, wenn du insbesondere in einem früheren Alter die Aufnahme und vielleicht auch das Verarbeiten, vielleicht sogar das Nachbesprechen, vielleicht sogar das Nachspielen von Geschichten gemeinsam machst, dann ist das alles kooperative Spielen. So, wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf Bartel, das sind diese Spielertypen, die du vorhin angesprochen hast. Und das hast du auch gesagt, da gibt es diese vier Archetypen. Jeder ist ein Teil davon. Der eine ist wirklich sehr auf Socializer ausgeprägt. Man kann sich das wirklich wunderschön zweidimensional wie so eine Matrix vorstellen. Und jeder hat innerhalb dieser Matrix halt irgendeine gewisse Ausprägung. Und je nachdem, was man denn sozusagen spielt, auch gemeinsam spielt, kann sich das aber auch variieren. Und wenn man Game Design spezifisch sich diese Systeme anguckt, kann man dann als Game Designer auch Anpassungen machen. Also man kann wirklich sagen, ah okay, dieses Spiel, diese Spielregeln sind eher wettkampforientiert, also geben wir von den Spielregeln mehr, sagen wir, geben wir mehr in die Richtung eines Killers. Weil da ist es deutlich wettkampforientierter. Aber wir wollen auch, dass man zum Beispiel, jetzt um ein einfach, PUBG zum Beispiel, also Battleground Game, da musst du explorieren. Also du brauchst Exploration auch, weil du dann erst deine Waffen findest sozusagen. Kooperatives Spielen findet da statt, wenn du das nicht alleine spielst, sondern wenn du das in einem Squad spielst, also zwei bis vier Spielern, wenn man so will. Und auch selbst dieses Exploration ist da ein ganz großer Bestandteil. Der eine findet weniger was, die andere findet mehr. Wann trifft man sich wieder zusammen? Wann teilt man die Sachen? Damit man insgesamt stärker ist, so ungefähr. Das sind so Distinktionen, die da sind, finde ich. Das heißt, um nochmal zurückzukommen, es gibt verstärkt Spiele, die gemeinsam in einem Zeitpunkt stattfinden, aber es gibt eben auch Sachen, die nachgelagert stattfinden, wie Puzzlen. Ich kenne relativ viele Leute, vielleicht hat das mit dem Alter zu tun, die gerne kooperativ puzzeln. Also der eine macht mal dann, wenn er Zeit hat und dann macht die Partnerin dann später weiter, wenn sie mal Zeit haben. Trotzdem, das Ziel bleibt das Gleiche, aber es findet nicht im selben Moment statt. Und das sind aber, das finde ich interessant daran, weil du kannst kooperatives Spielen, ist nicht befangen auf den Moment, wo man zusammen in einem Raum sitzt oder zusammen in einer Online-Welt ist, sondern du kannst es halt auch anders spielen. Genau, also umso mehr man darüber nachdenkt, umso mehr merkt man auch, dass diese Kooperation eigentlich sehr weit ist. Und ein Punkt, den du auch genannt hast, dass eigentlich auch dieses sich über das Medium darüber reflektieren, einfach ein enorm wichtiger Punkt ist. Also sei es jetzt über Bücher, dass man miteinander vorliest und dann darüber redet. Und ich habe mich auch gefragt, macht das eigentlich so einen großen Unterschied, was für ein Medium es ist? Und du hast ja selbst gesagt, eigentlich nicht. Auch quasi, es ist eine Sache, wenn ich meine Kinder einfach spielen lasse und sage, hey, zock mal und dann bin ich zwei Stunden, habe ich Ruhe. Oder wenn ich mit ihm gemeinsam spiele oder ihn vielleicht auch später frage, so hey, wie war dieses Spielerlebnis für dich? Und sich damit auseinanderzusetzen. Und dadurch entsteht eine ganz andere, ja, diese tiefe Reflexion aus, so, sage ich mal, der pädagogische Wert. Selbst ein Spiel, was an sich nicht pädagogisch ist oder was jetzt keinen nicht bewusst irgendwie als Kinder- oder Lernspiel ausgelegt ist, kann dadurch enorm wertvoll werden. Und das ist auch so ein bisschen den Einsatz, den wir auch bei der Computerspielschule haben. Wir beschränken uns ja nicht auf irgendwelche Lernspiele, die dann irgendwie für bestimmte Fächer wichtig sind, sondern das Spielen an sich ist ja wirklich so ein ganz, ganz zentrales Element. Und deswegen ist auch ein bisschen spannend, sich auch die Spiele anzuschauen. Also ich finde es auch, diese Spielertypen nach Bartel ist ja auch für die Game Designer halt einfach ein wichtiges Element, wie du gesagt hast, die haben dann ihren Chart und sagen, okay, in welche Richtung wollen wir so ein bisschen gehen und was können wir mit unserer Spielmechanik, denke ich mal, so erfüllen. Und das merkt man halt, umso mehr man so quasi über sowas nachdenkt, gibt es auch unterschiedlich intensive kooperative Momente. Und da würde mich auch so ein bisschen interessieren, also je nachdem, wie das Spiel auch ausgelegt ist. Viele Spieler sind ja in erster Linie vielleicht auch als Singleplayer ausgelegt und dann machen wir halt noch einen Koop obendrauf. Also vielleicht auch so ein bisschen die Entwicklerperspektive so. Und ich meine, wir hatten eins der krassesten Spiele, was ich erlebt habe. Ich weiß nicht, Brothers, A Tale of Two Sons. Hast du das, hast du nicht gespielt? Okay. Ich meine, das ist eigentlich eine, also ich sehe es jetzt als Spielerei, obwohl es keine ist. Das ist ein eigentlich ursprünglich Filmregisseur, Joseph Fakes, der mit seinem ersten Erstlingswerk war Brothers, A Tale of Two Sons. Und natürlich, wir hatten es im Vorgespräch auch A Way Out und natürlich dann It Takes Two waren dann quasi die Spiele, die dann darauf gefolgt sind. Aber das Besondere an Brothers, A Tale of Two Sons ist, dass es eigentlich eine Art Solo-Koop ist. Also ich spiele zwei Figuren, spiele die mit einem Gamepad und ich steuere mit dem einen Analogstick, steuere ich die eine Figur, mit dem anderen die andere. Und das war echt irgendwie ein ganz, ganz merkwürdiges Erlebnis, weil ich plötzlich zwei Figuren habe, die ich steuere und erst in einer neuen Version habe ich jetzt gehört, für die Switch gibt es auch die Möglichkeit, das gemeinsam zu spielen. Das bringt uns zu der Frage, ob man auch alleine Koop spielen kann. Genau. Ist ja so. Wenn du in zwei Rollen springst, das ist vielleicht auch so der Trend, das erklärt vielleicht auch wirklich diesen Social-Media-Trend, dieses, ne, ey, heute war ich so und dann kleidest du dich um und bist auf der anderen Seite des Bildes und sagst, ja, ja, bla, bla. Also, Rollenspiel, da ist er wieder. Genau. Ach man, ja. Und das Coole ist auch, bei dem Spiel, du hast ja eine Dependency, also das, was du gemeint hast, diese zwei Charaktere sind voneinander abhängig. Du kannst jetzt nicht weiterkommen, ohne beide einzusetzen. Und, wie gesagt, und Joseph Ferris, der hat es in seinen Spielen, also erst mal in Starbreeze Studios hieß dann quasi sein erstes, wo er Brothers gemacht hat und dann hat er die Hazel Light Studios gegründet und damit ist er dann richtig ja bekannt geworden. Also, A Way Out hat schon für viel Aussehen gesorgt. Da merkt man auch so eine Wurzeln als Filmregisseur. Also, schon Brothers war schon sehr inszeniert und sehr geleitet und auch sehr so Story-lastig. Interessanterweise auch ohne Dialog. Also, das hat mich bei dem Spiel auch sehr berührt. Es braucht gar keinen Dialog, um da irgendwie eine Geschichte zu erzählen, sondern es war sehr herzzerreißend, weil das eine Familiendrama quasi war, um das es geht und zwei Brüder dann gemeinsam eben Hindernisse überwinden müssen. Und der Way Out war dann schon so richtig Hollywood-Style. Also, da ging es um einen Gefängnisausbruch und das war für mich auch so ein ganz großes Erlebnis und da auch der Mut. Das ist wirklich ein Spiel, was eben nicht irgendwie ein Singleplayer ist und dann, ach, machen wir noch einen Koop obendrauf, sondern das lässt sich ausschließlich kooperativ spielen. Also, wirklich auch, ich meine, du bist ja auch viel in der Games-Wirtschaft, sage ich mal, unterwegs und auch den Mut zu haben, ein Spiel für diese Nische zu machen. So, hey, wir machen es jetzt ausschließlich für Leute, die kooperativ spielen. Interessanterweise reicht auch eine Version. Also, man muss es nicht mal doppelt gekauft haben, um es gemeinsam zu spielen. Ja, das wäre aber auch frech, ey. Das wäre wirklich frech. Ja, ist ja so. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es, ja, es ist noch nischig im Vergleich zu allem anderen, so ungefähr. Und ich finde es auch mutig und ich finde es geil. Und ich bin mir aber auch sicher, dass davon mehr kommen werden. Lustigerweise ist das jetzt gerade heute im Angebot. Also, das heißt, Steam so als eine Plattform hat genau das Thema, ja, Remote Play oder auch kooperative Spielen auch nochmal sehr hochgesetzt. Und wenn man sich aber auch dann die Library anguckt, Steam als einen Anbieter, da gibt es im Vergleich zu anderen Genres, die auch Singleplayer-lastig sind, sozusagen, deutlich weniger, ne? Also, an rein kooperativen Spielen. Das kann man schon auf jeden Fall sagen. Wie es im Social, wie es im Smartphone-Bereich aussieht, weiß ich es tatsächlich noch gar nicht. Also, es ist, ich glaube so generell, dieses Cooperative Gameplay spezifisch, also Spiele, die du nur mit anderen spielen kannst, da gibt es noch nicht so viele eigentlich. Dabei finde ich die gerade so spannend und nicht zuletzt auch gerade so spannend im, ja, zu unserer Zeit, sag ich mal halt, ne? Wo viel über Remote passiert, so, ne? Also, halte ich auch für sinnvoll, dass dort mehr ausprobiert wird halt, ne? Hast du da einen Erfahrungswert, Budi? Wieso es sich vielleicht wirtschaftlich einfach weniger lohnt, solche Spiele rauszubringen? Ist das so, weil es halt eingeschränkter ist, das zu spielen und dann weniger gekauft wird? Hast du da irgendeinen Kontakt gehabt? Ne, das nicht. Also, ich glaube, ökonomisch ist es halt so, wenn du Geld nimmst, um in irgendwas in Entwicklung zu stecken, versuchst du natürlich eher meistens, das ist jetzt aber nur eine Annahme von mir, ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, aber versuchst du natürlich erstmal so viel potenzielle Personen zu kriegen, die dann dieses Produkt, was auch immer es ist, dann auch kaufen, so. Und wenn du jetzt zum Beispiel so eine Cozy-Decke, ne? Kennt ihr ja, so, also einfach übergroße Cozy-Decken mit zwei Löchern drin, dass man zusammen unter einer Decke kuscheln kann. Das hat automatisch weniger theoretische Käufer, weil A, wollen das vielleicht gar nicht so viele und du sprichst eigentlich nur Partnerschaften an, ne? Also, das heißt, du nimmst einfach schon mal automatisch das Potenzial aus der Käuferschaft raus. Also, ich glaube, eine Antwort auf die Frage würde eher wahrscheinlich aus dieser Richtung kommen. Daher kommt dann vielleicht auch der an deine Wertung des Ganzen, dass es gerade geil ist, dass das mal ausprobiert wird. Dass das so kompromisslos eigentlich jetzt mal so, nee, friss oder stirb, du musst jemanden finden, mit dem du das spielst. So, ne? Genau, also, ja. Das haben sie ja dann auch, aber es ging ja auf tatsächlich. Also, sie haben ja dann mit Takes Two den großen Hit, sag ich mal, auch gelandet. Also, zumindest, es wurde sowohl mit Preisen überhäuft, als auch, also war das Nachfolgespiel dann zu A Way Out. Und das ist dann, finde ich auch, die haben dann einfach ihre Nische gefunden, so in dem Sinne. Ich weiß jetzt nicht, bin gerade nicht sicher, welches als nächstes Spiel irgendwie angekündigt wird. Aber so diese Reihe Brothers, was ja nochmal ein bisschen extra war, aber dann A Way Out und eine Takes Two wirklich dann konkret auf diese Serie. Und mir geht es ja selber auch so. Ich würde tatsächlich, also A Way Out habe ich dann mit einem Kumpel tatsächlich online gespielt. Und Takes Two habe ich mir aber eigentlich vorgenommen mit meiner Frau, so, hey, das wäre das ideale Spiel. Ja, und dann haben wir jetzt ein Kind gekriegt und dann war erst mal, so die Zeit vorbei, wo man dann einfach gemeinsam die Zeit hat, auch sich vor dem Bildschirm zu hocken und so ein Spiel zu spielen. Und ich hätte riesen Lust drauf. Und deswegen meine ich... Jetzt musst du warten, bis er alt genug ist, damit er mit dir spielt. Das kommt sowieso. Also das steht auch so Frage, dass ich dann mit meinem Sohn gemeinsam spielen werde. Genau. Ich habe Wahlheim jetzt, also meine Kids sind in... Der große ist in einem Alter, wo wir wirklich gerne Wahlheim spielen. Also das ist wirklich toll, weil es einem einfach einen eigenen Rhythmus ermöglicht. Also das ist nicht so durchgepeitscht und nicht so vornarratiert. Gibt es das Wort vornarratiert? Wir wissen genau, was du meinst. Jetzt ja. Und genau tatsächlich ist das Punkt, über den wir reden wollten. Also gerade diesen Vergleich zwischen diesen offenen Spielen, also so Wahlheim und Open World mäßig, wo dann jeder auch seine Rolle sucht, auch Powerworld oder die ganzen Sandbox- Survival-Spiele. Und dann halt, wie gesagt, eigentlich A Way Out und Take Two ist ja genau das Gegenteil. Das ist ja ein komplett durchinszeniertes Spiel, wo du wirklich hast, okay, ich habe die Story als Schwerpunkt und das gemeinsame Erleben der Story. Und interessanterweise habe ich auch bei anderen Spielen, merkt man, dass es manchmal in der Diskrepanz steht. Also wenn ich kooperativ irgendwie spiele, also mit meinem Bruder spiele ich Remnant, das hatte ich glaube ich auch irgendwie schon in der letzten Folge erzählt. Und da gibt es dann, da hatten wir diese ludonarrative Dissonanz, also dass man dann irgendwie anfängt, dass die Spielmechanik irgendwie nicht zur Narration passt und man eigentlich, wenn man spielt, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, eh gerade so drin ist in der Spielmechanik und dann kommt irgendwie ein Story-Part und da liegen ja überall so Bücher und eigentlich müsste ich jetzt zehn Minuten mich hinsetzen und so ein Buch lesen, um dann die Lore zu begreifen, während aber mein Bruder dann irgendwie schon vorrennt und irgendwie was anderes macht. Das funktioniert dann nicht. Und so leid es mir tut, diese Welt, super spannend, was die da aufgebaut haben, aber da das Spiel eigentlich vom Gameplay her auf Kooperation aus ist, steht das so ein bisschen im Widerspruch und das wollte ich auch noch so ein bisschen in den Raum werfen. Gibt es für euch Spiele, wo ihr das merkt, dass ihr so auf der einen Seite die Spielmechanik super kooperativ passt oder auf der anderen Seite, aber andere Elemente, wie jetzt beispielsweise Story oder sowas, dann wiederum untergehen? Oh, da ist ja Nino schwer am Nachdenken. Ja, ich probiere gerade zu kramen, wo ich das irgendwie... Ich habe Baldur's Gate, ich habe den großen Halbom Baldur's Gate nicht mehr mitgemacht, aber ich habe ein Jahr zuvor eine relativ starke Beta spielen dürfen, auch zu viert. Und Baldur's Gate ist so ein absurdes Beispiel, weil ich glaube, Baldur's Gate ist so hart durch die Decke gegangen, weil es eben sehr viele Rollenspieler getroffen hat, aber gar nicht unbedingt in dem Multiplayer-Kontext. Aber Baldur's Gate hat es geschafft, so eine krasse Welt zu bauen, dass es umso mehr Spaß macht, es mit anderen Personen auch zu spielen. So, und das, also ein Regelwerk oder ein Game Design, ein System zu bauen, wo theoretisch beides möglich ist. So, das heißt, du kannst diese Welt, deinen Charakter, deine Geschichten tatsächlich auch, wenn du willst, live mit anderen erleben oder du baust es sogar von Anfang an gemeinsam auf und die Spielwelt bleibt trotzdem so offen, dass du trotzdem eine gemeinsame Geschichte erzählen kannst, die aber individuell ist, so, die Welt reagiert gut auf dich, kannst auch viel Scheiß ausprobieren, kannst dich auch vortrefflich darüber abfacken, dass Freund, Freundin, Bruder, wie auch immer, einfach schon vorgerannt ist und während du noch gerade versuchst, die Lore zu verstehen, so, ne? Ich glaube, das macht nicht zuletzt auch den Erfolg eines Baldur's Gate 3 aus, weil das eben tatsächlich irgendwie scheinbar so Mastery of Game Design hingekriegt hat, ne? Wobei, Balls Gate 3 ja nichts anderes ist, als einfach, sag ich mal, die Umsensetzung des Pen & Paper als Computerspiel in Perfektion. Und genau das ist ja, glaube ich, der Punkt, warum du das auch so geil dann, wo du auch Bock hast, das gemeinsam auszuprobieren, weil das, was die Pen & Balls Gate jetzt als Besonderheit im Game bietet, die Freiheit, dass die Welt auch nicht reagiert, dass man gemeinsam in Entscheidungen auch treffen kann, keine Multflair, das ist ja das, was eine Pen & Paper Runde genau hat. Da habe ich ja auch auf der einen Seite einen roten Faden, aber zum Glück habe ich dann halt den Spielleiter, die dann Leiterin, die dann halt irgendwie das Ganze zusammenbringen müssen, egal wie ich wieder reagieren, müssen die dann versuchen, irgendwie eine logische und schlüssige Weiterführung zu machen. Deswegen, also ich glaube, Balls Gate 3 ist auch das, weil diese Pen & Paper Wurzeln hat und nicht nur das Regelwerk, was auch das Einfachste ist. Was auch das Einfachste ist. Pen & Paper Regelnwerke wurden ja schon in den 70er, 80er Jahren, sage ich mal, in Computerspiele übersetzt, dass man dann irgendwie dann halt den Computer würfeln lässt und so weiter, das ist ja auch technisch aber was man noch nie so gut hingekriegt wurde, ist halt die Storytelling. Das ist halt das Besondere, sage ich mal, was ein Pen & Paper ausmacht, dass sich dieses interimpaktive Storytelling hat. Egal was ich mache, das Spiel reagiert irgendwie angemessen. Das Spiel reagiert irgendwie angemessen. Und das dann auch in der Gruppe ist. Das ist glaube ich der Grund, warum das so hervorragend ist. Ich schwärme jetzt so über das Spiel, obwohl ich jetzt leider noch nicht die Zeit hatte. Ich habe Ballers G2 damals sehr viel gespielt. Ich glaube, es soll sehr, sehr, sehr gut sein. Habe ich dann von allen gehört. Ich dachte, das ist aber so ein Geheimtipp irgendwie. Nee, also tatsächlich, Ballers G3 ist ja wirklich, ja, hat er ja neue Maßstäbe gesetzt. Aber um auf diesen Punkt zu kommen, es ist glaube ich einfach dadurch, dass es diese Stärkung von Pen & Paper es geschafft hat, das irgendwie in ein digitales Spiel umzusetzen. Was auch eine Meisterleistung ist. Also ich glaube, viele fragen sich auch oder Entwicklerinnen, Studios und so, wie haben die das hingekriegt? Das ist ja auch mit einem Riesenaufwand verbunden. Muss man ja auch immer im Hintergrund haben. Ich meine, wir hatten das auch so in den letzten Folgen, dass man auch immer so die EntwicklerInnen-Perspektive einnimmt und überlegt so, hey, was sind die Erwartungen von Spielerinnen und was heißt es eigentlich in der Entwicklung so viele Möglichkeiten zu bieten? Und das ist bei so einem Sandbox-Spiel, wo sage ich mal, vielleicht einfacher als bei einem Story-Spiel, da diese ganzen Reaktionen drauf zu kriegen. Und deswegen glaube ich, es gibt halt unterschiedliche Spielmechaniken und Spielgenres, die unterschiedlich gut halt für so kooperative Spielen geeignet sind beziehungsweise verschiedene Stärken haben. Also ich meine, gemeinsames Geschichten erleben, um da nochmal ein anderes Genre so einzubringen. Also für mich auch eine frühe Kindheitserinnerung war, wie mein Bruder die LucasArts Adventures gespielt hat und ich halt einfach dahinter saß und mit ihm zusammen geknobelt habe. Also da ist es zwar jetzt nicht so, dass ich sogar aktiv im Spiel drin bin, aber so einfach gemeinsam dieses Rätsel lösen, mal überlegen, hey, hast du da schon mal versucht oder nimm doch diesen Gegenstand, mach das das. Und plötzlich ist man dann auch irgendwie am gemeinsamen Rätseln und das ist dann auch, bevor es irgendwie das vom Spiel selbst diese Möglichkeit des Multiplayer oder des kooperativen Multiplayers gibt, ist auch sowas sehr schön, einfach gemeinsam gerade bei so Adventure Games so komplett entschleunigt, da hat man keinen Zeitdruck. Da kam mir gerade noch ein spannender Impuls, den, da würde ich euch gerne fragen, es gab ja so, jedenfalls in meiner Wahrnehmung und man muss dazu sagen, ich habe nie am PC-Spiel gespielt, sondern immer auf Konsolen, es gab früher immer Spiele, so gerade auch um die Zeit der Playstation 2, da hat man halt zu zweit vor der Konsole gespielt, jeder hatte seinen Controller und man konnte halt in echt, im echten Raum miteinander reden. Und dann gab es so diesen Shift, klar, es gab auch schon davor, glaube ich, PC-Spiele wie World of Warcraft, ich glaube, die waren da auch schon aktuell, aber dann gab es ja so diesen Shift zu, wir spielen nur noch zusammen, aber sind immer räumlich getrennt, haben aber telefonieren oder sind über irgendeine Plattform miteinander verbunden. Wie habt ihr das wahrgenommen, was hat das nochmal auch für einen unterschiedlichen Einfluss auf die Kooperation? Weil es ist ja schon nochmal ein Unterschied, ob ich räumlich getrennt bin oder im selben Raum bin, wenn ich das gleiche Spiel spiele. Ich glaube, das ist ein Thema der Zugänglichkeit. Also das heißt, wenn du zusammen auf der Couch sitzt, Couch-Koop ist ein eigenes Genre, da gibt es auch nicht so viele Spiele, vor allen Dingen nicht wettkampforientiert. Also es gibt schon einige, aber eben nicht so viele. Da geht es um die Zugänglichkeit. Also hast du in deinem persönlichen Kosmos Personen, die auch dazu Lust haben oder nicht? Du bist räumlich von diesen Personen vielleicht getrennt, aber vielleicht ist dein Nachbar auch cool und ihr habt das für euch irgendwie so abgemacht. Ey, jeden Dienstag zocken wir das Spiel weiter. Online ist einfach, du hast einen anderen Anbieter. Also es gibt einfach ganz viel andere Genres, die eben dann nicht limitiert sind auf A, die Zeit, die reale Zeit gemeinsam in einem Raum. So. Es ist aber gleichzeitig was anderes. Das heißt, ja, es gibt so vom Game Design gibt es von mir aus auch Regeln. Du kannst auch mit dem Laptop rüberkommen. Theoretisch. Und trotzdem WoW in einem Raum physisch zusammenspielen. So. Das ist, würde ich immer sagen, dennoch was anderes, hat eine andere Qualität, ohne es aber wertend zu meinen. Also das eine ist besser und das andere schlechter. Aber trotzdem kannst du da einen Unterschied, glaube ich, ziehen. Das heißt, ich würde das separieren tatsächlich. Es gibt die Genres oder die Spiele, die dafür prädestiniert sind, dass die tatsächlich räumliche Interaktion sinnvoll ist. Es gibt auch Spiele, da ist es sogar von Nöten wie ein Spiel namens Keep Talking and Nobody Explodes. Das ist ein wahnsinnig tolles Spiel. Da hat nur eine, ein Interface und diese Person sieht eine Bombe mit verschiedenen Rätseln und die anderen, das kann eine Person sein, das können aber auch acht sein, haben ausgedruckt tatsächlich so einen Stapel Papier mit verschiedenen Lösungsansätzen. und das kannst du zwar online spielen, aber physisch ist es nochmal was anderes, weil du dieses Papier einfach schnell gemeinsam irgendwie lösen musst. Ganz tolles Spiel und das ist zum Beispiel eins, was auf das physische Beisammensein herzielt, aber du kannst es halt auch inzwischen online spielen. Aber der Ursprung war, nee, macht das bitte, ihr müsst es ausdrucken. Es gibt es nicht als PDF online so, also so ungefähr, das ist schon geil. Da ist ja wirklich, wie du sagst, das Besondere, dass es ja diese Bombenentschärfungssituation simuliert. Also es ist ja dann so, okay, ich habe den einen, der dann gefühlt auch diesem Bomben-Suit da steht und irgendwie an den Drähten rumwurscheln muss und deswegen auch die VR-Brille und das andere, die anderen, ja, wie halt die Experten, die dann halt irgendwie versuchen, ihn da zu coachen. Und ich glaube, dieses Raumgefühl, also darauf wollte ich gerne nochmal eingehen, das ist halt natürlich was, was sich sehr schwer ersetzen lässt. Und da war ja so ein Breaking-Punkt bei uns tatsächlich diese Corona-Pandemie, wo man plötzlich dieses ganze Räumliche und diese persönliche Nähe einfach auf einen Schlag weggebrochen ist und man ja dann wirklich mit Mühe und Not versucht hat, das irgendwie wiederzufinden. Und es haben sich ja dann tatsächlich ja viele auch, ich meine, es gab ja nicht nur Games, die ja sowieso, bei denen war es ja der einfache Sprung zu sagen, hey, dann zocken wir halt online statt auf der Couch. Aber selbst Brettspiele und andere Interaktionen sind ja dann auch komplett in den virtuellen Raum gegangen und ich glaube, jeder kann das irgendwie aus einer Erfahrung sagen, dass es zum einen, wie du sagst, eine andere Qualität hat manchmal auch tatsächlich auch ein bisschen wertend, also so irgendwas hat so ein bisschen gefehlt. Auf der anderen Seite gab es auch wieder Sachen, die dann irgendwie überraschend gut funktioniert haben. Also wir hatten damals Gather Town so als Tool, das war so ein Meeting-Tool, wo wir dann in so einer Pixel-Welt so super putzig, tatsächlich auch so ein bisschen wie diese Super Nintendo 16-Bit-Grafik-Spiele und wir hatten dann auch eine tolle Weihnachtsfeier, wo ich auch gesagt habe, die werde ich auch bis heute noch in Erinnerung haben, obwohl die komplett anders war als das, wenn wir jetzt im Büro zusammensitzen. Aber es hat ja irgendwie dann, wie du sagst, eine andere Qualität. Und ich fand es spannend, so schlimm das war, das auch alles irgendwie mitzumachen. Und es haben auch viele Leute, glaube ich, gerade sozial enorme Defizite erlebt und auch, also ich will das gar nicht irgendwie schönreden. Dennoch haben sich aber auch dadurch, also bis heute bei mir habe ich jetzt irgendwie so regelmäßige Gaming-Abende, wo ich früher einfach nicht auf die Idee kam, dass man sich halt online trifft. Mein Bruder, den ich ja oft erwähnt habe, der ist halt in Bremen, der ist halt 600, 700 Kilometer weit entfernt. Und diese Möglichkeit, mit ihm dann trotzdem zusammen zu spielen und sich auszutauschen, ist halt genial. Und ich glaube, das ist uns tatsächlich durch diese Corona-Pandemie bewusst geworden, dass man dann diese Möglichkeiten hat. Ich weiß nicht, wie es euch ging, also ob ihr da auch diesen Changer hattet. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass Leute, die zumindest ab und zu online gespielt haben, besser darauf vorbereitet waren, ausschließlich online zu arbeiten. Das ist ja auch der Punkt, den ich vorhin so ein bisschen angesprochen hatte. Man kannte diese Kommunikationsform schon auf jeden Fall. Und was ich, welcher Gedanke mir auch noch vorhin kam, als ich die Frage gestellt hatte, mit dem räumlich getrennt voneinander spielen oder eben in Präsenz, in körperlicher Präsenz, ist, dass ich ja natürlich so die Möglichkeit habe, mich mit Leuten zu verbinden. Das ist ja da aufgekommen, die das Spiel auch geil finden. Und stell vor, dir gefällt jetzt ein Spiel, was alle deine Freunde eine Kacke finden, dann kannst du dich online trotzdem connecten und mit denen zusammen spielen. Das ist ein großer Vorteil, der eben damals mit dieser großen Öffnung der Online-Plattform eben aufgekommen ist. Ich glaube, das ist aber dann nicht nur gamespezifisch, sondern das hat generell was mit Digitalkultur, Kommunikation, der Veränderung durch die Möglichkeiten zu tun. Und bei mir war es tatsächlich ein bisschen andersrum, was jetzt zum Beispiel diese Corona-Pandemie-Zeit angeht. Aber ich würde das gar nicht auf die Corona-Zeit beziehen, sondern bei mir ist es tatsächlich so, ich war immer schon ein Multiplayer. Also ich habe immer schon Spiele präferiert, wo ich eben nicht alleine spiele. Aber auch online oder in Präsenz? Ja, also sowohl als auch. Also mir am meisten, das, was ich am allermeisten mag, wirklich ist physisch mit anderen Leuten auf dem Hof zusammensitzen und gemeinsam was zocken. Aktuell ist es Wahlheim, also LAN-Party-mäßig so. Also aber mir ist die physische Präsenz am liebsten und wenn das aber nicht möglich ist, aus welchen Gründen auch immer, ist es mir trotzdem auch am liebsten, Spiele zu spielen, die ich mit anderen zusammenspielen kann. Auch in Echtzeit. Das, ne, also das als erstmal generell, ne, unabhängig des Genres, des eigentlichen Game-Genres. Das ist so mein Typ, glaube ich halt. Es gibt, ich kenne aber auch ganz viele Leute, Entschuldigung, ich kenne auch ganz viele Leute, die lieben es einfach, sich in so einer Geschichte auch fallen zu lassen. Also bewusst keine Wirksamkeit, keine Abhängigkeit zu anderen Menschen zu haben. Davon kenne ich auch sehr viele. Also wirklich, also einfach dieses, nee, ich lasse mich jetzt mal, ich gehe in eine unglaubliche, direkte Eigenbeziehung, also ich konzentriere mich, fokussiere mich auf das, was bei mir los ist, ohne in eine unmittelbare, dann vielleicht sogar manchmal chaotische oder unkontrollierbare Abhängigkeit zu einer anderen menschlichen Person zu kommen. So, ne, und auch da wieder ist da aus meiner Sicht keine Wertung drin. Ich glaube, das ist schon, das ist meine persönliche, ja, Wahrnehmung des Ganzen. Ich glaube, dass so Sozialtalente durchaus wichtig sind, weiterhin irgendwo Thema zu sein. Aber, es ist halt ein Safe Space dann für dich. Jeder hat eigene Safe Spaces. und das wechselt wahrscheinlich auch im Laufe des Lebens ein paar Mal, schätze ich mal. Nee, was ich meine ist, ein Austausch, ein sozialer Austausch über die Zeit, wenn man Solo ein krasses Spiel gespielt hat. Das ist etwas, was wir in unserer Kommunikationskultur heute sehr viel, tagtäglich, in einer unglaublich hohen Geschwindigkeit mitkriegen. Leute kommunizieren in den Äther, warum sie das und das geil fanden oder was das und das mit ihnen gemacht hat. Das heißt, ein nachträgliches Kommunizieren über Erlebnisse findet eh immer statt. Und ja, man könnte theoretisch, wenn man das Ganze sehr naiv betrachtet, auch schon als ein eigenes Spiel werten und da kann man wunderbar sich fragen, ist das kooperativ ausgelegt oder nicht? Welches Ziel hat zum Beispiel irgendwie eine Erzählung von, ey, ich habe Baldur's Gate 400 Stunden gespielt, Solo, aber ich teile meine Erfahrungen jetzt mit euch sozusagen und hat das irgendeinen Sinn und Zweck außer Information oder Unterhaltung so ungefähr, ne? Weil wenn jetzt zum Beispiel ein Streamer und damit vermischen sich tatsächlich jetzt gerade auch so die Themen, wenn ein Streamer live sogar bei Baldur's Gate zockt, um jetzt auf das Thema zurückzukommen, aber er lässt sozusagen seine ZuschauerInnen bestimmen, in welche Richtung es geht, so macht er sozusagen aus seiner eigenen Erfahrung ein neues Spiel auf, so, ne? Das heißt, es kommt plötzlich so eine Art gefühlte Kollektiventscheidung rein, irgendwas Parasoziales für die ZuschauerInnen und Zuschauer, weißt du? Aber irgendwas kommt da, es verändert sich sozusagen und ich glaube, da kann und sollte man vielleicht auch gerade im Hinblick auf Pädagogik einfach nochmal genauer hingucken. Ich glaube, es lässt sich inzwischen und vielleicht sollte man das auch nochmal deutlicher differenzieren. Was davon ist eigentlich was? Wie funktionieren gegebener Art und Weise gewisse Strukturen und welche davon sind vielleicht im Kontext von Vereinsamung, im Kontext von also soziologischen gesellschaftlichen Schwerpunkten auch bedenklich? Tatsächlich einfach bedenklich? Wo macht es vielleicht dann mehr Sinn, vielleicht auch mehr Spiele zu fördern, wo ein echtes zwischenmenschliches Zusammentreffen im Vordergrund steht? So ungefähr, ne? Also ich glaube, gerade in dem Bereich macht es Sinn, sich den verschiedensten Zünften oder Studiengängen, Fachrichtungen irgendwie einfach auch anzunähern, weil ich glaube, viele, also eigentlich reden wir über oftmals das Gleiche, nutzen aber komplett andere Perspektiven und Wörter dafür, so. Und unter Kooperation kann eigentlich jeder was verstehen. Unter kooperatives Gameplay wiederum nicht. So, ne? Aber es unterliegt den gleichen Regeln, glaube ich. Und da wäre es toll, wenn man da noch tiefer reingehen würde, als es aber ohnehin schon getan wird. Das stößt gerade bei mir ganz viele Denkansätze an. Kooperativ, um an eine Frage nochmal aufzugreifen, wird es ja dann, wenn man parallel spielt, das gibt es ja auch oft, dass, ich glaube, auch gerade bei Baldur's Gate oder sowas ist es ja oft so, dass jetzt Leute parallel das spielen und sagen, hey, wie hast du dich da entschieden? Was hast du da gemacht? Und, wow, du hast dir eine ganz andere Abzweigung genommen und dann wird es ja spannend, also, weil Spiele, also das auch so, um beim Medium zu bleiben, also Film ist ja, nimmt ja jeder, sage ich mal, dieselbe Geschichte wahr. Und beim Spiel kann das ja gerade bei so krassen, Rollenspielen, wo es dann abweicht, boah, krass, das hatte ich ja überhaupt gar nicht erlebt oder es nimmt eine ganz andere Wendung und geht da hin und da sind wir dann auch wieder bei so moralischen oder auch Charakterentscheidungen, so, hey, welchen Weg gehst du denn? Und ich meine, auch bei Rollenspiel hast du ja auch die Möglichkeit, einfach, sag ich mal, auf den bösen Weg zu gehen, wobei das inzwischen ja zum Glück nicht mehr einfach nur gut böse ist, sondern tatsächlich sehr viel differenzierter. Und dieser Austausch, ich finde, ja, da wird es dann auch, die Frage ist, ob es dann auch über Kooperation ist, aber es ist zumindest Kommunikation, also es ist nochmal, sich darüber auszutauschen und nochmal zu sehen. Wenn du das wiederum, all das nochmal runterziehst, es gibt diesen tollen Begriff der Players Agency, also der Selbstwirksamkeit innerhalb digitaler Räume, so, oder Games, ne, und das ist schlussendlich immer der Ursprung von allem, was auch immer damit dann gemacht wird. So, kooperative Spiele, gute kooperative Spiele finden ein gutes Regelsystem, um die Selbstwirksamkeit mehrerer Personen zu ermöglichen. Unabhängig ihrer Entscheidung, unabhängig ihrer persönlichen, moralischen Entscheidung, aber immer abhängig zu denen der anderen. so, ne, also Selbstwirksamkeit ist dann schlussendlich der Begriff, der, äh, die Entität, die dann was steuert oder was ist, in welchem Spiel auch immer, ähm, irgendwo zusammenbringt halt, ne, und das ist, ich glaube, da, das, äh, auf Basis von diesem Gedanken lässt sich dann halt auch auf dem Reißbrett vielleicht, ähm, einfach auch gute Kooperation tatsächlich irgendwo zumindestens maskizieren und konzipieren, so, ähm, unabhängig an der Story, unabhängig eines Looks, unabhängig von der Plattform, aber, ähm, so halt, ne, es gibt ja Gründe, warum Game Design immer erst mit, mit Board Games irgendwie angefangen wird oder Karten spielen oder so, ne, naja, spannend, und, ja. Was mich noch ein bisschen, also auch ein Spiel, was mir noch einfällt, äh, in dem Fall, ähm, Among Us, das habt ihr bestimmt auch zu Genüge gespielt, ich meine, bei Among Us war es auch spannend, ähm, das erstmal zu sehen, und das Lustige ist, man spielt sehr oft falsch, also, es wird ja auch, wenn man das Online spielt, dann immer angezeigt, hey, pssst, wenn dann quasi auf dem Arm sich bewegt und ich, mit allen, die ich es gespielt habe, so zum ersten Mal, war da immer so der Punkt, dann labern alle irgendwie so zwischendrin rein, bis man dann irgendwann sich auf diese Regeln einigt, und das ist auch wieder, finde ich spannend, das Spiel zwar auf der einen Seite dir sagt, okay, hier ruhig, aber es wird jetzt nicht irgendwie in dem Moment vom Spiel aus das Mikro gekappt, sondern, äh, man muss sich dann schon so ein bisschen drauf einigen und dann funktioniert's. Und bei Among Us fand ich es auch dann faszinierend, wir haben es ja tatsächlich auch mal, zwar jetzt leider nicht mit Kindern und Jugendlichen, aber im Team haben wir das mal real life gespielt. Also, wir haben bei uns im Gebäude quasi wie so ein Raumschiff aufgebaut, haben so Aufgaben verteilt, hey, jetzt musst du da hoch irgendwie die Kaffeemaschine reinigen oder dann musst du da hin und irgendwelche Puzzleteile zusammensetzen und dann gibt's halt, genau, Geschirr spülen, also mach halt diese Aufgabe und es gibt halt dann zwei Imposters und dann halt, und das ist auch wiederum spannend, also das ist immer ja auch für diesen Punkt Kooperation, auf der einen Seite muss man kooperieren und gemeinsam arbeiten, aber du hast halt die Imposter, die dann halt dich auch verraten können und das bietet dann auch wiederum so eine ganz spannende Dynamik und Among Us wird ja nicht zu Unrecht auch tatsächlich im Bildungskontext eingesetzt, gerade um dann auch Argumentation und Diskussion, also man muss ja dann argumentieren, wer was warum gemacht hat und deswegen finde ich das auch verglichen jetzt zum Beispiel mit Werwolf dem auch überlegen, weil Werwolf hat das Problem, dass man ja am Anfang sehr willkürlich einfach Leute beschuldigt. Ich finde Among Us ist einfach ein abgefahrenes Beispiel, weil es so niedrigschwellig so super funktioniert hat. Also es war dann natürlich auch ein Hype-Thema zu der Zeit, als es rausgekommen ist. Es war ja schon länger draußen, aber es hat sich dann nochmal verselbstständigt. Das war ja wirklich ein kleines Netz und auch Games-Kultur-Phänomen eine Zeit lang halt. Among Us. Das war schon sehr lustig, weil du ja dann so mit diesen Beschuldigungen, also du bist ins Reden gekommen und Leute sind dann auch zu einer größeren Anzahl wieder zusammengekommen. Man musste nicht reden, es sei denn, man wird beschuldigt. Du kannst es mit Sprache spielen, musst aber nicht. Im Twitch-Kontext, also im Live-Streaming-Kontext, wurde das oftmals eben von den Gruppen, wie du schon angesprochen hast, dann ausgehebelt. Also die haben sozusagen ein eigenes Spiel nochmal draus gemacht und das war dann eben so dieses unterhaltende Big Brother-esk voyeuristische Ding sozusagen, also sehr unterhaltend. Aber da war die Sprache dann tatsächlich im Vordergrund. Also das heißt, das Beschuldigen und dieses Sich-Raus-Reden-Wollen und hat man am Ende, es gab dann immer den Relief so, auch nach kurzer Spieldauer, Superspiel. Also es ist kurzweilig, du musst nicht viel Arbeit reinstecken, jeder lernt es und du kannst es dennoch modifizieren und irgendwie zu deinem eigenen machen in der Gruppe. Aber es gibt halt auch andere Spiele, die auch kooperativ sind, die aber trotzdem so eine Art zwischenmenschliche Verbundenheit so voll, vollkommen krass und vollkommen anders irgendwie dann auch nochmal zusammenfassen. Und Dejan, wir hatten darüber auch schon mal gelabert, es ist halt Journey von That Game Company. Also Journey war für mich wirklich so ein Magic Moment in all den Spielen, die ich gespielt habe, weil da spielt man, es ist wie ein modernes Märchen, finde ich. Es wird nicht viel erzählt, es gibt eigentlich keine wirkliche, es gibt eine Welt, die du erkundest, aber es wird dir nichts erklärt, großartig. Und das Einzige, was du, wie du mit der Welt, ich sag mal, kommunizieren kannst, außer deiner Bewegung und minimalen Interaktionen, ist es, du zu pingen. Also man kann so ein komisches Ping-Signal raussenden. Und was macht Journey so besonders, neben dem Stil und der Artwork sozusagen drumherum? Es ist ein, wenn man so will, asymmetrisches, nee, es ist nicht asymmetrisch. Es ist, plötzlich können andere Menschen, andere Leute, die auch in diese Moment-Journey spielen, in deine Welt reinkommen. Und das wirkt so willkürlich und so zufällig und dadurch so fantastisch. Und die einzige Art und Weise, wie man miteinander kommunizieren kann, ist dieses Ping und ob man Lust dazu hat, dass der eine vielleicht vorgeht, einem vielleicht etwas zeigt oder nicht zeigt. Und das ist in das Spiel mit eingebaut. Und wenn du tatsächlich, und das ist mir jedes Mal passiert, auf Personen triffst, die dann mit dir gemeinsam dieses recht kurzweilige Spiel, das geht so zwei Stunden ungefähr, dann auch bis zum Ende durchführt, dann hast du, ohne je ein Wort gesprochen zu haben, eine total zwischenmenschliche Beziehung zueinander. Eine ganz strange emotionale Bindung, so halt, ne? Ach, das ist so toll, das Spiel, Mann. Ich hab das genau, also ich weiß genau, was du meinst. Ich hab das genau so gespielt und hab genau dieses Erlebnis gehabt. Und das Faszinierende ist ja wirklich, du kennst diese Person ja nicht mal. Und genau dieses komplett mit einer anhymen Person so bundeln, ist einfach ein unglaublich faszinierender Moment. Und am Ende geht man auseinander und man hatte gemeinsam ein Erlebnis, ein Abenteuer und jeder wird das für sich weitererzählen. Also man will damit immer zählen. Ich hatte meinen Freunden erzählen, hey, ich hab damit, ich weiß nicht, wer es war oder so, ich hab mit dem zusammen gespielt und ein Abenteuer erlebt und dann waren sie mal auseinandergegangen. Alles ist quasi so verpufft, aber die Erinnerung bleibt. Ja, es ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen, ja, so ein Maskenball. Also du weißt gar nicht, wer dahinter steckt. Es geht nicht um Status oder sonstiges, sondern es geht nur um die Bereitschaft, miteinander von A nach B zu laufen tatsächlich. Mehr ist es erstmal nicht. So, wenn du es ganz runterbrichst, ist es erstmal nur das. Und wenn man aber, das wissen viele Leute tatsächlich nicht, weil sie ungeduldig sind, was ich sehr nachvollziehen kann, wenn du aber die Credits abwartest, dann steht der Name tatsächlich noch dahinter. Wusstest du das, Dejan? Nein. Siehste? Siehste? Und das ist so das Ding, deswegen warte ich dann immer ab und dann freue ich mich immer, wenn dann wirklich auch diese geile Musik und alles, wenn das vorbei ist, dann steht da und manchmal hast du auch unterschiedliche Leute sozusagen, die dann deine Welt treffen. Also es kann auch sein, dass da unterschiedliche Texte stehen, aber wenn auch nur einer drinsteht, so denkst du so, ja Mann, Alter, ja. Das ist toll. Das ist wirklich toll. Und das ist im Vergleich zu Among Us, was auch eine tolle Selbstwirksamkeit halt mit sich bringt irgendwie, macht Journey aber etwas anderes. Es trifft dich anders emotional. Also da ist Einsamkeit tatsächlich immanent. Also Journey, die Geschichte deiner Reise von du bist alleine bis zum Ende tatsächlich. Journey ist für mich ein Spiel der Einsamkeit tatsächlich. Aber ohne es irgendwo in einem Disclaimer aufzuschreiben, so dies ist ein pädagogisch wertvolles Spiel, was Einsamkeit in zwischenmenschlicher irgendwie bearbeitet. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und Among Us ist einfach nur Hardcore, du bist der Imposter. Nein, du. Ja, okay. Das ist so ein bisschen he set, she set, was super viel Spaß macht. Auch kooperativ ist irgendwie auf verschiedenen Leveln. Also Among Us ist asymmetrisch, weil du hast Imposter, die ein anderes Spielziel haben als die Gesamtgruppe. Und ja, ach Gott. Dieses Thema ist schlimm. Wir könnten das jetzt noch zwei Stunden so weiter ausschlachten. Aber was, alles gut. Aber was ich jetzt so am Ende rausgehört habe, ist Gaming verbindet Menschen und ist das nicht schön? Ja, Musik auch und alle anderen Sachen auch. Aber Gaming macht es halt auch und auch auf andere Arten und Weisen, die man vorher in unserer Zivilisation noch nicht kannte, glaube ich. Zumindest nicht in diesen Formen. So, wenn wir in diesen pädagogischen Bereich gehen und da seid ihr natürlich die Spezialisten so für, aber ich glaube, wenn wir ein tieferes, wenn alle Personen ein tieferes Verständnis davon kriegen, dass du Spielregeln für eine Gemeinschaftlichkeit besser verstehst und dass es dort verschiedenste Systeme bereits gibt, die mal ausprobiert wurden oder nicht. Wenn man dieses Verständnis vielleicht ein bisschen verinnerlicht, dann kann man vielleicht auch modernere Ansätze bauen. Aber das passiert ja schon. Also das Medium Games ist jetzt irgendwie natürlich älter, aber so richtig gekickt hat es eigentlich seit knapp vier Dekaden, drei Dekaden vielleicht irgendwie. Dann wurde es wirklich massenmarktauglich als Medium. Auch was die Produkte etc. angeht. Also es ist kulturell schon da, deutlich. Also es wird nicht mehr darüber geschmunzelt oder es ist nur als Kinderkram abgetan, denn die Kinder von damals sind heute auch unter anderem wir so halt. Und für den pädagogischen Bereich halte ich es absolut für sinnvoll, sich auch dann in die digitalen Welten ein bisschen, also das Verständnis zu kriegen, ah okay, dieses Spiel hat theoretisch die Regeln wie folgendes analoges Spiel. So. Und dann kann jeder Pädagoge für sich vielleicht auch neue Argumente finden, um vielleicht auch Schülerinnen und Schüler oder auch die Elternschaft anders erreichen zu können mit den eigentlich vermeintlichen ähnlichen Regeln. Immer mit dem Ziel eines gemeinschaftlichen Wissenstransfers oder eines Teambuildings oder 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 so halt. Ein gemeinsames Floß bauen irgendwie, das hat mein Großer jetzt zum Beispiel auf der Klassenfahrt gemacht. Mega geil, habe ich noch nie gemacht. Würde ich tatsächlich auch aktuell jedem Videospiel aktuell vorziehen. Aber das stimmt nicht. Ich würde, glaube ich, eher Wahlheim spielen mit allen. Aber dann in echt eine Hütte bauen. Das ist es ja. Man kann die Spielregeln ja wunderschön übertragen. Also das ist, ich finde das auch immer schlimm, wenn man das immer gegeneinander ausspielt und sagt, hier digitale Welt, reale Welt. Nein, so hey, ich kann das doch alles. Wir leben in einer Welt, die beides bietet und warum nicht die Vorteile, Vorzüge von allem nutzen und das transferieren, weil im Endeffekt wir selbst setzen uns halt quasi die Regeln, die wir haben wollen in dem Raum. Das ist das Tolle am Spielen an sich. Genau, ja. Also ich glaube, ich wäre ein bisschen vorsichtig mit Bartel oder Maya Briggs. Maya Briggs haben auch ein Modell aufgebaut, was sehr ähnlich ist, was aber jetzt nicht Gaming-textualisiert ist. Also die sind ähnlich da rangegangen, so wie ich es verstanden habe aus der Soziologie heraus. Aber da gibt es halt auch Archetypen. Also die vier Archetypen, Persönlichkeitstypen, da gibt es so Sixteen Personalities, das ist so ein sehr prominentes Beispiel in diese Richtung. Also ich glaube, je mehr Daten wir sozusagen auch haben und dann irgendwie in unsere Berechnungen auch zum Beispiel in der Erstellung oder Neukonzipierung von pädagogischen Modulen oder sowas einarbeiten. Es ist in meinem Verständnis vielleicht auch sinnvoller, eben wirklich so Begrifflichkeiten oder vielleicht dann auch Funktionen wie Selbstwirksamkeit und tatsächlich Dependency nochmal vorher sozusagen sich zu verankern. Also egal, welches System ich aufbaue, es gibt immer irgendeine Abhängigkeit. Und wenn es zum Beispiel klassisch Frontalunterricht ist immer noch Standard, sag ich mal, dann hat das ein ganz spezielles Abhängigkeitssystem von den Zuhörenden und dem Sprechenden sozusagen. Es verändert sich aber, wenn der Pädagoge zum Beispiel Among Us mit den Leuten spielt. Das ist einfach ein kernunterschiedliches System. Das verändert automatisch die Abhängigkeiten untereinander und ermöglicht dadurch aber auch eben zum Beispiel in einer Art Rollenspiel, dass man der Lehrkraft zum Beispiel auch sagen kann, so ey Digga, du bist der Imposter. Das würde man jetzt so nicht machen, wenn man im Frontalunterricht ist. Weißt du, was ich meine? Das Problem am Frontalunterricht ist ja tatsächlich, dass im Endeffekt nur die Schüler quasi vom Lehrer abhängig sind und der Lehrer überhaupt keine Abhängigkeit vom Schüler. Da kann sein Ding durchziehen und die Schüler schalten aus. Und das ist glaube ich so ein bisschen so ein Fazit, was mir gerade so ein bisschen kommt, dass du dann auch Abhängigkeiten umkehrst und sagst, hey, wir beziehen die Schülerinnen mit ein und geben denen auch die Möglichkeit, als Lehrkraft geht man da so ein bisschen Risiko ein, weil man wird ja dann auch abhängig von dem, was die Schüler dann bedienen, aber das Ergebnis ist einfach so viel besser, weil die dann wieder um die Selbstwirksamkeit erfahren. Ich glaube, das ist einfach gerade so ein Gedanke, der mir am Schluss noch so gekommen ist. Ich frage mich wirklich so, ob Abhängigkeit das richtige Wort ist, weil Abhängigkeit ist im Deutschen auf jeden Fall negativ konnotiert und ich weiß nicht, ob es im deutschsprachigen Game Design Wissenschaftsspektrum, ob es dafür einen besseren Begriff gibt, weil Dependency ist auf jeden Fall weniger konnotiert, glaube ich, im Englischen, als Abhängigkeit im Deutschen. So, das vielleicht auch nochmal dazu gesagt. Dann lass uns bei Dependency bleiben. Also dann, ich glaube, so wie du es auch definiert und erklärt hast, so meine ich es jetzt in dem Kontext auch und ich glaube, das trifft es auch wirklich sehr gut, um dann jetzt nicht bei dem deutschen Wort da irgendwie sich aufzunehmen. Ach ja, wir könnten drei Stunden weiterreden, glaube ich. Macht Spaß mit euch. Es ist richtig cool gewesen, vor allem die Sachen, die jetzt aufgeploppt sind, auch irgendwie, man sitzt ja da und recherchiert im Voraus und jetzt haben sich irgendwie nochmal ganz neue Perspektiven ergeben, wie kooperatives Spielen überhaupt aussehen kann. Also auch danke, Budi, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns darüber zu reden. Gibt es irgendwelche Projekte, die bei dir jetzt noch demnächst anstehen? Auch ganz unterschiedliche tatsächlich. Also es gibt wirklich viele Projekte gerade, ganz viele verschiedene Kulturgruppen und Gesellschaftsgruppen nähern sich diesem Thema Gaming jetzt an. Ganz viele Stiftungen, auch aus dem politischen heraus irgendwie und da sind einfach, da gibt es gerade ganz viele Anfragen. Die gab es schon immer, aber es sind mehr geworden, habe ich das Gefühl. Und in die Richtung versuche ich einfach offen zu bleiben und versuche irgendwie parallel irgendwie die Birne so offen und aufmerksam wie möglich zu halten, um irgendwie auch keinen Quatsch zu erzählen, aber um selber einfach Neues zu lernen. Das ist es. Und konkret kann ich, glaube ich, kein Projekt benennen. Das ist alles ein großer Brei. Aber es ist ja schön, dass du das so nach außen trägst. Ich werde auch auf jeden Fall in die Podcast-Beschreibung verlinken, wo man dich finden kann, noch mehr Informationen zu dir. Und ja, auch dir, danke, Dejan. Es ist immer wieder auch interessant zu sehen, gerade von diesem, ich nenne es jetzt mal, kleinen Generation Gap, was wir haben, die unterschiedliche Wahrnehmung von gewissen Entwicklungspunkten vom Gaming. Ich glaube, das ist immer sehr bereichernd. Nee, mir hat es auch unglaublich Spaß gemacht. Also ich könnte jetzt auch am liebsten noch weiterreden. Aber wer weiß, vielleicht bietet sich ja irgendwann wieder die Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen. Und ich finde es schön, dass wir so viele Aspekte halt einfach des kooperativen Spielens jetzt nochmal diskutieren konnten. Und glaube, haben da ein ganz gutes Spektrum aufgemacht. Also vielen Dank nochmal euch beiden. War mir echt eine Freude. Und wenn die Zuschauer irgendeine Anregung haben oder irgendein Thema, was sie gerne mal besprochen haben wollen würden, dann freuen wir uns auch gerne, wenn ihr in die Kommentare was schreibt und uns irgendwelche Denkanstöße gibt. Und damit verabschieden wir euch und bis zum nächsten Mal. Ciao. Dankeschön. Tschüss. 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 Tschüss.